Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bullshit! Du willst bloß den Dreh nicht einstellen, Charles. Ich dagegen habe kein Problem damit. Etwas läuft hier falsch, also finden wir Aaron und hauen von dieser verdammten Insel ab. Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie, denk nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Die Show ist also wichtiger als Aarons Verschwinden? Ich bitte dich, Mark! Wir finden sie und hauen ab. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Mark, ich weiß nicht, wieso ihr zwei plötzlich eure Meinung geändert habt. Aber Kate hat recht. Ohne die Show sind wir alle am Arsch. Ach, mir egal. Ich suche Aaron. Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt, hör mal. Los, lasst uns einfach weitermachen. Ich werde Dumette suchen gehen und alles mit ihm klären. Ich finde, nachdem er uns beim Essen versetzt hat, schuldet er uns ein Interview. Und Aaron lassen wir allein? Sie taucht schon auf. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Dumette ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Wenn wir eh nach Dumette suchen, finden wir vielleicht auch Aaron. Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate! Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Ja, klar doch. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumette? Ich suche nicht nach Dumette. Ich checke Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Aaron ist verschwunden. Wie kann dir das nur egal sein? Ich kann an mehr als eine Sache gleichzeitig denken. Weißt du, dank diesem Job hier habe ich endlich erkannt, wie echte Soziopathen aussehen. Tja, unsere Show ist lehrreich. Ach, Arschloch. Ja, ich weiß, das haben wir uns schon angeguckt in der letzten Folge. Aber manchmal findet man ja was Neues, wenn man nochmal schaut. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Ja, die letzte Folge ist ja leider sehr, sehr lange geworden, weil ich es irgendwie nicht gecheckt habe, dass man bei dieser einen Stelle, ist die jetzt runtergegangen oder ist die noch hier oben? Ach, die ist noch hier oben. Dass man da gucken konnte, also sich bewegen konnte. Und entsprechend habe ich dann leider das Passwort nicht gefunden. Und das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich, naja, noch die falsche Entscheidung getroffen. Das war mir aber in dem Moment schon klar, wo ich nicht den Inhalator genommen habe, dass das die falsche Entscheidung ist. Ob es besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich habe halt immer noch dieses eine... Nein. Ach, das ist die Anzahl der Opfer. Und ich habe ja noch in der letzten Folge gedacht, das könnte der Code sein. Da waren nämlich 180 jetzt das letzte Mal. Das ist die Anzahl der Opfer. Oh. Wenn man das weiß, ist es natürlich noch gruseliger irgendwo. Oh. Ich... Keine Ahnung. Das ist krass verhüstet hier. Ja. So, okay. Die ist immer noch verschlossen, nehme ich mal an. Nein, die haben sie jetzt diesmal... Jamie! Oh. Hier drüben. Okay. Ja. Verdammt, ich drehe durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Witze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Oder vielleicht ist das von Aaron. Schluss jetzt. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat du Matt oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezehrt. Vielleicht unser Abendessen. Ist der wirklich so dumm? Echt jetzt? Also, ähm... Es gibt ja viele Mutmaßungen jetzt über den Täter. Und die haben am Anfang was gesagt. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumait. Dumait? Ach doch. Was? Das ist ja nicht weg. Also, ich bin immer noch der Meinung, und das ist jetzt super, dass das gerade eingespielt wird, dass dieser Dumait, ähm, dass das nicht der Typ ist, der von der Insel halt geflüchtet ist, sondern dass das irgendwie nur so ein Bediensteter ist, der halt seine Tochter wahrscheinlich da in Sicherheit bringen wollte. Wahrscheinlich, weil die, alle, die hier rumlaufen mit diesen, ähm, Dingsanzügen hier, äh, Regenanzügen, dass die alle Bescheid wissen. Vielleicht ist das das Saubermach-Team irgendwie, davor und danach, ich weiß es nicht. Aber das ist garantiert nicht der, der Dumait. Das glaube ich nicht. Also, das habe ich ja schon in der, ich weiß nicht, ersten Folge oder was gesagt. Was wäre denn schön, wenn man hier was sehen könnte? Hallo. Ich würde auch gerne testen, ob man da reinkommt, aber irgendwie will er nicht. Da ist auch noch eine Tür, da ist auch noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Die dürfen wir auch nicht testen, okay. Musst du dich jetzt so in den Weg stellen? Ernsthaft jetzt, Alter. Das ist ein Horrorspiel, Mädel. Ist das jetzt auf dem Boden oder wo hat es, nee, da vorne hat es so geblinkt. Hat das eben auch geblinkt? Im Moment finden wir ja gut regelmäßig Münzen, ne? Irgendwie so bei jedem, bei allem, was wir machen, so ein bisschen. Jetzt habe ich schon die Roller extra runter gemacht. Ich kann trotzdem nicht sehen, weil das alles so dermaßen dunkel ist in diesem Spiel. Es ist natürlich klar, ist das auch ein bisschen horrormäßig dann, wenn es dunkel ist. Oder soll halt horrormäßig sein. Aber mich fuckt das ein bisschen ab, weil ich halt nicht sehen kann, was vor mir ist. Und ich dann immer denke, dass ich irgendwas nicht einsammle. Vor allem keinen die komischen Geräusche aufgerade. Also sag mal bitte nicht, dass es einer von der Crew. Sonst ist auch weder so ein Turmbandgerät oder so, oder? Von den Opfern oder so vielleicht. Hier unten ist Brandbeschleuniger oder sowas gewesen. Benzin, irgendwas in der Art? Hörst du das? Oh, oh. Da hat was rot geblinkt. Ist gut, gar nicht gut. Was zum Teufel ist? Stopp! Da! Was ist das? Das ist eine Druckwelle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Das ist aber nicht der schwarze, oder? Bitte! Hilfe! Hilfe! Jamie? Äh, ich will nicht sterben. Es tut mir leid. Ich hoffe, es war nicht der schwarze. Also hier von unserem Schatten. Das ist nicht er, oder? Den sie jetzt in der Hand hat. Sieht gar keinen in der Hand, okay. Ich habe nur die Verantwortung für mein Team. Sorry. Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Ich bin mir nur nicht sicher, ob das nicht einer von meinem Team war. Verarscht du mich? Wir sitzen fest. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Ja. 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 Mein Controller vibriert. Das ist nicht gut. Zack. Hast du ein Kristall gefunden? Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Sorry. Will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllescharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Das ist auf jeden Fall richtig, auch wenn es ein Edelstein ist. Vielleicht hast du recht. Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Aber wenn der spitzt ist, hätte ich dir mitgenommen. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job. Nicht. Wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen. Also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Die Dinge wurden schon hart für uns. Nein, 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 nein. Gib mir nicht die Schuld daran. Das warst allein du. Ich weiß. Ich habe es abgelehnt, weil es... Ach so, weil es ihn wegbringen würde. Ähm. Okay. Ich nehme an, daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte... Was willst du von mir hören? Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim. Hoffe ich es immer noch. Du kanntest immer meine Prioritäten. Ja, eigentlich hätte er es vorher sagen sollen, ne? Wir sollten los. Doch, ne? Die sind sehr teuer. Jetzt dachte ich gerade, da hinten steht der Mörder. Oh, Leute. Ich dachte, ich muss hier rein. Aber das ist ja nur ein Spiegel. Sag mir das doch einer. Okay. Wo müssen wir denn hin? Boah, gehen wir doch mal aus dem Weg. So einen, wie wir gerade getötet haben. Vielleicht haben wir auch ihn getötet. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, er hat eine andere Stimme gehabt, der Typ. Den wir jetzt umgebracht haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob der Typ uns getötet hätte. Wahrscheinlich ist das alles irgendwie, obwohl es ist wahrscheinlich kein Test. Weil er bringt ja wirklich seine Leute um. Und ich muss ja dafür sorgen, dass meine Leute überleben. Wobei ich einmal schon versagt habe. Um es mal vorsichtig zu sagen. Warte. Was ist das? Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hier her? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Äh, irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen, in der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen, auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet. Ich kam nicht und da hat er, da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber, los! Charlie! Lass dich doch direkt wegquetschen. Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ihr müsst verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier! Los! Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ich... Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... ... wirklich übel. Bewegt sich nicht. Und was jetzt? Wir sind am Arsch. Es muss einen Weg herum geben. Ja, Wartungskorridore. Zwischenräume. Unbedingt. Suche nach den anderen. Ach so, er... Nee, ich habe die Taschenlampe. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier lieber... Ja. ...einen Cut hätte machen sollen. Seid nämlich... Könnte noch länger dauern. Was ist los? Demet. Was zur Hölle ist sein Problem? Er war die ganze Zeit nervös. Ich habe es als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und marklos liegt ein himmelweiter Unterschied. Hier, das geht auch so, wenn ich da durchgehe, oder? Oder laufe ich jetzt hier im Kreis gerade? Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht im Met war. Laufe im Kreis, ne? Also habe ich aber auf jeden Fall recht gehabt, als ich gesagt habe, oder gefragt hatte, ich glaube in der vorletzten Folge, ob sich die Wände hier... Habe ich mich jetzt erschrocken? Ob sich die Wände hier bewegen? Da müssen wir rein, dann gucke ich hier nochmal. Ist auch nichts irgendwie auf dem Boden oder so? Ich traue mich hier gar nicht so durchzulaufen. Da ist auch nichts am Blinken, ne? Na gut, komm, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Oder auch nicht. Was? Da hinten ist blau, ich denke mal, da müssen wir hin. Hier blinkt aber nichts. Können wir das irgendwie nehmen? Ne, das ist ein Kästchen. Muss der dann immer so dämlich da im Weg stehen? Das ist schön. Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschottet. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Kennst du unsere Show? So was machen diese Soziopathen? Oh, was zur Hölle? Ist das ein Kind? Ah, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Von da drinnen, deswegen gucke ich... Boah. Deswegen gucke ich mal woanders kurz. Oh mein Gott. Okay. Sieht aus wie ein BH irgendwie. Ich weiß gar nicht, was man überhaupt mit den Dinger machen kann. Aber ich schätze mal, da kann man sich dann irgendwo was kaufen im Shop oder so. Keine Ahnung. Charlie, komm her. Machen wir es auf. Ach, das ist ein Schweine. Ach, das ist ein Schweine. Wir sind in einer verfluchten Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe, in einer Puppe. Drehst du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Natalie Morello. Oh, bist du... Hm. Ah, fuck! Heilige Scheiße. Das ist eine verdammte Leiche. Meinst du? Darf ich vorstellen, unsere Vorgänger hier? Das weißt du nicht. Vielleicht... Das weißt du. Fuck! Da hast du wohl recht. Also, hier kann man nichts machen. Charlie, die führt vielleicht raus. Guck, die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück! Das habe ich nicht erwartet. Das ist ja wie bei Uncharted hier. Charlie! Oh. Scheiße! Scheiße! Untertitelung. Da ist ja wie bei Uncharted. Da ist ja wie bei beat Chris. Ja wie bei den lieben ist, Wir sagen, die seite by zu anticipationen. Das ist doch eigentlichen so weit, weil wir auf. Vielen Dank.